Ja, tschau Nachbar! Wir sehen uns mal! Hallo Leute! Heute wollte ich mal zeigen, wie die Leute früher mal so gelebt haben, die kleine Häuser hatten und so. Und diese Hütte habe ich mal gebaut mit meiner Schule und das war schon harte Arbeit. So haben die früher auch manchmal gemacht, weil sie hatten keine Häuser, keine Autos und so. Dann haben sie aus Holz gebaut, weil damals gab es nur Holz und dann haben sie aus Holz solche Hütten gebaut. Und früher hatten sie kein Essen und so. Damals war es nicht so toll. Und hier ist meine Hütte und da drüben ist mein Nachbar. Warum? Und da drüben mein Nachbar, der nette Nachbar. Und ja, heute will ich mal, wie gesagt, heute was zeigen, wie die früher gelebt haben. Und ja, sag mal, wir wollen, wir können jetzt hier so, habe ich solche Stühle gemacht. Hier so, wenn wir essen und so, damit es nicht so auf dem Boden ist, so dreckig zu werden, so mit einem Teller oder so. So Teller hier? Nein, Teller. Ach, Teller. Okay. Und dann, hier haben wir solche Strecke benutzt, als Jacken zu hängen, so. Okay. Und hier war dieser Alarm, wenn es brennt oder so beim Einsteig. Hier der Klingel. Ach, yeah, Hau! Hahaha.